Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist nicht so witzig. Was ist das? Ich bin in der Lehre. Du musst mir sagen, was ist das? Die kuscheln. Ja, wenn er Pech hat, dann kuscheln sie nur. Ich würde sagen, die ist besoffen genug für den nächsten Schritt. Der Mann steckt seinen Pimmel in die Frau und dann ficken die rein, raus, rein, raus. Bis die Frau so tut, als ob sie gekommen ist und weiter Topmodel gucken kann. So, ihr Lieben. Ich habe mich jetzt mal ein paar Buntstifte und ein bisschen Kniete besaugt. Jetzt können wir uns mal so richtig kreativ austoben. Oh, Seki, mach die Folie weg. Das ist die Infostunde für die Grundschüler. Ich dachte, das ist die neunte von Frau Kessinger. Hast du das Erfurt benutzt? Nein. Raus. Tschüss, Herr Müller. Tschüss. Jetzt hat er seinen Kakao vergessen. Falls jemand fragt, mein Name ist Schnabelstedt. So, jetzt schwimmen wir mal ein bisschen zurück und spielen ein Spiel mit dem Wollknäuel. Haben Sie auch schon mal gefickt? Äh, ne. Äh, ja. Also, ich bin die Lisi. Und wer bist du? Scheiße. Ich trage dasní für Glänze pain quer. Herr Müller.